hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge mit simotrans dem backcomic und wir haben den bahnhof hier schon fertig müssen wir gerade mal gucken wie das hier mit den linien überhaupt ausschaut allgemein noch ein bisschen umbauen sehe ich gerade im namenverkehr müssen wir auch noch regeln in einigen städtchen du fährst ja zwischen hamburg und eisleben dass wir das ein bisschen sortiert haben stadtbussen müssen wir auch noch mal sortieren wollen wir ja komplett im überblick verlieren das ist kein stadtbus das ist der sb kehl und sb dachbau und bei kehl machen wir noch die einzelne einzelnen dran haben wir das schon mal das ist das wo fährten die lkw die fährt hier unten ja die fährt hier unten zum packer ok dann beginnen wir da müssen wir noch ein bauen das geht so noch nicht und es liegt einfach mir weil ich sowas hier mal von der behinderung halte und zwar möchte ich ja dass der zug das sauber das gleis wechseln kann machen aber hier und dann hier schräge rüber und dann möchte ich den zug mit euch auch einmal folgen weil ich bisschen was neues dazu gelernt habe was ich anders in erinnerung habe und zwar kann man bei diesen zügen relativ einfach herausfinden inwiefern die den speed bonus mitnehmen indem man hier einfach details klickt und dann hier oben auf die maximal geschwindigkeit achtet und diese die geht nämlich nach unten wenn wie bei mir hier hinten zum beispiel in den bahnhof drinnen die gleise langsamer sind als der zug eigentlich fahren kann dann geht der speed bonus runter weil die allgemeine durchschnittsgeschwindigkeit auf der ganzen strecke nach unten geht das war früher meines achten mal anders früher war es so dass der zug theoretisch gesehen auf dieser strecke nur einmal die geschwindigkeit ausfahren musste um den vollen speed bonus zu bekommen es scheint sich geändert zu haben ist inzwischen nicht mehr so heißt wir müssen ab sofort überall wirklich auch die gleise hinbauen die wir brauchen damit der zug dort voll ausfahren kann und das ist hier nun mal der fall jetzt haben wir hier im bahnhof natürlich das problem dass wir noch keine brücken haben die es erlauben so schnell zu fahren doch hätten wir schon wird aber scheiße aussehen deswegen verzichte ich da einfach mal drauf sehen wir jetzt auch wenn der bahn wenn der zug jetzt hier gleich rein fährt er fährt jetzt zwar immer noch auf den 130 kmh aber sobald er auf die brücke hinauf fährt dann wird dieser durchschnitt nach unten gehen so jetzt kann er wieder ausfahren theoretisch er kann er nicht weil er mit dem wagen auf der brücke ist und dadurch ziehen wir uns den speed bonus quasi ein bisschen in den keller da müssen wir noch mal überlegen wie wir das gelöst bekommen das problem auf jeden fall habe ich gerade gesehen dass da noch ein paar signalchen fehlen da kommt erst mal ein ganz normales signal machen wir da hin und dann können wir hier das auch abgrenzen so dann haben wir das schon mal fertig hier oben ist auch nahverkehr dann werden wir heute mal den nahverkehr hier regeln jetzt müssen wir genau überlegen wie ich das dann mache also wir haben hier schon relativ viele fahrgäste die wir hier transportieren müssten wie sieht das mit dem wachstum aus minus 219 das liegt ja daran dass ich ein bisschen was abgerissen hatte drumherum war denn so ich glaube ja und ja jetzt muss ich mir gerade mal überlegen wie wir das machen bei 4000 fahrgäste dann würde ich am liebsten schon mit straßenbahn anfangen wobei das hier schon echt heftig ist wir haben hier monumente eins zwei drei monumente die wir anfangen könnten oder müssten sogar dann machen wir einfach mal den weg machen den brauchen wir dort nicht mehr dann machen wir den teil da noch weg und dann werden wir hier auch noch ein bisschen einreisen wir werden das ganze mit straße ausstatten nehmen wir die normale stadtstraße also das was nachher mal stadtstraße ist so dann haben wir hier dran vorbei dort noch ein langen hier runter und hier trennen sich dann die wege dann bauen wir das ganze nimmisch da hin die beiden auch noch weg und eine dolle straßenbahn haben wir am anfang auch gar nicht ja am post kümmern wir uns dann nachher irgendwann mal das machen wir über autobahn machen wir erstmal hier die straßenbahn hin müssen wir abdecken machen und fertig hier raus fährt dann hier hoch und kann dann hier anfangen aufzusammeln da vorbei hier lang da da wenn wir hier hinten noch eine kleine wände reinbauen ich glaube das passt jetzt mit dem was ich hier ja genau passt dann können wir hier die station hin machen fahre ich hier fahre ich hier nochmal dran vorbei ja am rathaus fahren wir auf jeden fall nochmal vorbei also hier dann fahren wir hier runter halten dann hier nochmal an fahren dann vor dem rathaus nochmal wieder lang und fahren dann hier wieder zum bahnhof hin das werden wir mit der straßenbahn bauen machen wir da von anfang an auch mal eine und die müssen wir uns jetzt hier erstmal lang friemeln dann nee das wollen wir nicht da soll sich ja noch ein gebäude unter umständen hinbauen lassen dann habe ich die stoppe wieder vergessen so hier hinten wenden wir fahren wieder zurück hier runter da lang am rathaus wieder vorbei da hin und da und zum bahnhof hin so ähm den letzten hier reiß ich jetzt gerade nochmal ab dann habe ich es einfach mit der oberleitung na zack hallo das ist gar nicht miteinander verbunden hier das spiel sieht Verbindungen die gar nicht da sind also wirklich schlimm hä sag mal ach das ist die verkehrte oberleitung oh ich bin ein trollo das ist die verkehrte oberleitung gewesen ähm wir müssen ja die hier nehmen da jetzt geht's so ja das war ursprünglich mal so geplant dass ich trams hier als straßenfahrzeuge fahren vorteil dabei wäre natürlich gewesen dass diese dann ähm auch zweispurig auf einer normalen straße fahren kann dass man sowas wie hier oben nicht planen braucht ich fand die idee an sich gar nicht verkehrt ich kann es ja mal zeigen wie das ausschaut hier an der hier an der straße so sah das dann nämlich aus ähm dann konnte man hier quasi ein depot hinbauen ähm in der straße äh da ist die oberleitung ich glaube da sind sogar noch Fahrzeuge drin in dem depot da kommt man hier quasi ähm straßenbahnausbildung konnte die dann fahren lassen ähm hätte ich sogar eine gute lösung gefunden aber irgendwann hatten wir uns da mal gegen entschieden ich glaube das lag mit den oberleitungsbussen zusammen wobei man die ja auch gut und gerne da hätte mit rein setzen können weil ich finde die straßenbahn so immer ein bisschen blöd mit diesem einspurigen muss man vielleicht noch überlegen und man kann ja eigentlich auch die straßenbahn eins zu eins glaube ich übersetzen man muss ja nur die ausrichtung ein bisschen anders machen aber das werde ich nochmal vorschlagen weil ich die idee auf jeden fall nicht verkehrt finde haben wir hier natürlich ähm das hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen weiter nach hinten bauen können aber wir müssen da sowieso noch Buslinien durch die ähm Stadt durchjagen damit wir alles abdecken sonst wird das nicht so wir müssen auch noch planen wo wollen wir das Tramdepot überhaupt hinbauen ich glaube das bauen wir nach hier hinten nach da hin muss auch noch Oberleitungen bekommen und dann planen wir auch gerade mal die Buslinien damit wir das alles in einem haben beziehungsweise wir können ja die Tram schon mal los schicken dass die schon mal ähm Fahrgäste aufnimmt nur aufpassen dass ich alle Stationen habe welche die ich auch aufgebaut hatte ich übersehe jetzt nichts da noch eine also dann gucken wir hier wir schicken erstmal vier Stück los ähm die werden wir aber auf einen gesunden Abstand halten indem wir nochmal ähm ein bisschen Signale aufstellen machen wir hier so vereinzelt an ein paar Stationen immer hier nochmal da nochmal dann machen wir hier noch ein Signal hin und dort noch eins dann sollten die auf einem gesunden Abstand sein ähm gut dann müssen wir jetzt ein paar Buslinien einrichten dann fangen wir erstmal hier ja also können wir hier die Bahn den Bahnhof schon mal zwei breit machen dann fahren wir hier erstmal an der Stelle hier los das können wir ruhig machen da ist ja auf der Straße ist ja nix da ist ja eigentlich eine größere Abdeckung hier ne ist auch zwei die Abdeckung dann ist hier Übergabepunkt also umsteigen angesagt dann können wir hier wieder hochfahren so das ist die erste Buslinie die zweite Buslinie die lassen wir dann hier starten ne können wir sogar hier starten lassen da die wird dann hier den Übergabepunkt haben was wir die da ist alles abgedeckt da ist auch ne hier ist noch nichts nicht alles abgedeckt dann lassen wir den hier genau lassen wir den da rumfahren dann hält er hier nochmal dann kann er hier nochmal anhalten dann haben wir hier alles abgedeckt dann fehlt nur noch die Ecke hier oben aber das macht nix da können wir hier beim Rathaus noch nochmal umsteigen dann haben wir hier alles abgedeckt ok das ist dann die zweite Buslinie dann müssen wir hier gucken hier ist alles ne da haben wir noch ein einzelnes Haus was nicht abgedeckt ist dann fahren wir aber starten wir hier fahren dann hier einmal rum haben wir hier keine Haltestelle gemacht hätten wir ja eine Straßenbahn machen sollen fahren wir hier rum ne machen wir hier eine Straßenverbindung hin dann wollen wir hier einmal umsteigen dann haben wir hier das auch erstmal abgedeckt dann fahren wir hier eine Kurve an der Station vorbei und fahren dann hier entlang da da hier einmal hinfahren und können dann hier umsteigen und umdrehen ok wunderbar ich hoffe ich konnte mir das jetzt alles merken wie die Bahn alle fahren und wenn wir dann das Straßentypot auch gerade neben ansetzen ne nicht da da machen wir auch mit den Straßen da komm wir sind ja nicht so klein jetzt brauchen wir drei Fahrzeuge eins zwei zwei drei und die Planbedingungen auf den einzelnen Linien zwar die erste Linie war hier einfach mal gerade hoch mit der Rückfahrkarte das ist eine einfache Linie starten die nächste Linie startet ich hier hat hier den Umsteigepunkt fährt dann hier einmal im Kreis zwei drei vier fünf ne das ist ja schon eine Umsteigestation dort das heißt hier können wir löschen hinzufügen dann halten wir dort fahren dann hier wieder hoch und hier wieder zurück so das ist die zweite Linie starten wir und dann die dritte Linie in Hamburg und machen wir hier da einmal hier können sie umsteigen und einmal hier bis zur Endhaltestelle die hier auch ein Umsteigepunkt sein soll da können wir dann eine Rückfahrkarte machen und dann können wir den auch losschicken wunderbar und dann benennen wir das Ganze nochmal so einen Überblick haben SB Hamburg das werde ich mir gerade mal kopieren Strang C 101 zack Strang V 102 und die dritte 103 wunderbar dann die Tram noch und dann müssen wir demnächst auch mal versuchen unsere Industrien einmal so ein bisschen zu benennen ähm jetzt wollte ich ja hier haben wir irgendwo eine Industrie gehabt äh genau da war die Autofabrik die braucht Autoteile ganz weit weg wo sind wir denn hier in Raststadt das heißt die nächste sinnvolle Linie wäre wenn wir von Hamburg Hamburg nach Neckars-Ulm fahren und von Neckars-Ulm dann quasi nach Hamburg fahren aber gleichzeitig noch eine Zuglinie über Kehl nach Eisleben fahren lassen und daher vielleicht sogar noch von Neckars-Ulm über Kehl Dachau in diese Richtung müssen wir auch nochmal schauen wie wir das machen ok das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge bis dahin ich hoffe dass ihr heute wieder Spaß gehabt habt mit mir am Samstag seht ihr die nächste Folge dann wieder vor dem Livestream natürlich und dann sehen wir uns am Samstag und bis dahin von mir wie immer eingepflegt ist reingehauen auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao